Die Meinungsmacher, die Konsumenten-Infos auf RTL und online. Und jetzt mit einer echt spannenden Innovation, nämlich MyStella, dem Notruf- und Concierge-System für zu Hause. Sie können hierzu eine Fernbedingung dazunehmen, da können Sie mit unserer Raumüberwachung scharf und unscharf schalten. Mit unserem Türschloss können Sie auch auf- und zusperren. Sollten Sie im Badezimmer zum Beispiel ausrutschen, ziehen Sie einfach ein Zugseil. Es geht ein Notruf ein in unsere Leitstelle und wir wissen, es hat etwas passiert. Wir versuchen mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sollte keine Sprechverbindung hergestellt werden, schicken wir automatisch die Rettung. Ja, und so funktioniert es. Hier in der Zentrale kommen also die Notrufe oder Alarme herein. Feueralarm, Brandalarm, medizinische Notfälle bis hin zu den einfachen Concierge-Services, wo um Hilfe oder um Unterstützung gebeten wird. Unser Meinungsmacher-Tipp für Ihre persönliche Sicherheit und mehr Service. Infos unter my-stellar.com